Moment, Moment. Bla. Oh, okay. Trash bei dir auch, okay? Ja, ja, klar. Weiß gern. Jana ist als einziges wieder weiß bei mir. Ja, bei mir auch. Und sie bockt auch ein bisschen rum, aber egal. So Leute, willkommen zurück zu Lara und Osiris mit Mama Kitty, Onkel Bru und Tante Trashy. Oh, guck mal, ich hab's exploited. Ach, jetzt geht die Tür auf. Seht ihr? Seht ihr? Dank mir. Ja. Dank dir. Ich bin so gierig, ich schnapp mir alle, guck mal hier, bam, bam, bam. Was hast du für'n Radius auch mit deiner Bombe? Echt heftig, ne? Kitty, voll Bombe. Sie benutzt sie nie. Oh. In weniger, das schaffen wir wohl nicht von der Zeit. Beschränkter Kupferring. Max-Munition. Okay, da gibt's nix besonderes, glaub ich. Max-Munition, ja okay. Max-Munition brauchen wir nicht. Und mit so. Ander kommt. stellt ihn als Gott des Nils und des Wassers dar. Und genau das sind die Mächte, die Seed jetzt besitzt. Kommt, wir müssen einen Weg finden, um die Fluten aufzuhalten. Da hat Cam Sing vielleicht noch. Er ist der Gott des Nils. Nee, nee, nee. Der mit einem schönen Gesicht. Genau, mit einem schönen Gesicht. Nee, so weit. Wo waren das nochmal? Aus irgendeinem Spiel? Also, Zettler war es in Resident Evil 4? Einmal reicht. Einmal reicht. Und jetzt nochmal? Dankeschön, ich bin durch. Dann haben wir da oben. War noch. Okay. Ja, wir können gerne zurückgehen und nochmal alles begutachten. Ist da vielleicht irgendwo ein... Wo bin ich? Ah, ich bin noch hier. Hä? Hä? Hey! Ja, für den Arschmilchheit. Ich will ja noch. Kannst du dich. Fifi, bitte. Was? Ich mach doch gar nicht. Doch, du schiesst immer noch auf das Teil. Ja, soll ich doch, oder? Nein. Habt ihr denn oben geschaut, ob da alles... Ja, das ist weg. Ich dachte, da wäre noch was. So, weiter hier. Warte mal. Nee. Nee, 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 danke. Okay. Okay, wir können weitermachen. So. Und hier packen gerade meine Bomber. Das funktioniert sogar mit der Bomber. Ja. Das wäre nicht möglich, wenn... wenn einer nicht dabei ist mit Stab. Oh, ja. Geld, 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 Geld. Ich hab ja alles geschnappt. Wie? Triff man das denn? Hä, wie trifft man das denn? Muss man da überschwimmen? Eine Bomber. Ah, die schwimmt im Wasser, okay. Dann los. Oh. Nee, warte mal, warte mal. Oh, schädel. Hattet mal kurz. Ich leg nochmal eine Bomber. Aber ich glaube, den kriegen wir auch ohne... ohne das Ding. Ja, aber so geht's einfach. Das ist doch kein Rätsel. Das ist doch kein Rätsel, sowas. Rätsel war das mit dem Licht. Das hast du nicht gewusst. Au. Wartung. Was sind die weißen? Ah, das ist von Trash. Wieso bist du nochmal weiß? Weiß man das jetzt? Ich weiß es noch. Bei mir bin ich rot. Ich weiß es nicht. Der war gut. Der Brüller. Oh, die Kamera. Die ist rumgewackelt. Also finde ich super. Okay. Jetzt mit... Nee, nee, nee. Ihr müsst Licht. Unten Licht. Äh? Nee, ihr könnt ja... Trash kann ja rüber. Ihr müsst... Ja, das Problem ist, es kommt eine Kalle rüber. Nee. Guckt doch mal da unten. Guckt mal unten das Licht. Seht ihr das nicht? Ach so. Ja, 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 ja. Natürlich sehe ich das. Hallo, also sehr für sich das. Das ist doch kaum zu übersehen. Was bringt das jetzt? Ja, das ist ja auch weiterkommen. Moment, Moment. Da waren noch Krüge. Oh Gott, da waren noch Krüge. Da waren noch Krüge, glaube ich. Da unten ist noch was. Wenn ich mir die Brücke so ansehe, sollten wir uns beeilen. Boah, Überteilung? Ach, die Brücke hier. Geronimo! Los, los, los. Hey, oh nein. Oh, oh. Schick, Edel. Man muss nach rechts springen, so. Ah! Man kann doch nicht schnell schwimmen. Hilfe, haben wir jetzt den Schill versaut? Ja, den haben wir versaut. Das hat die Suppe gemacht. So, wollen wir den Checkpoint laden am besten? Wo kommen wir denn raus? Wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Hilfe! Wir müssen nach oben schwimmen, kann es sein. Ja. Komm mal mit. Wir hoffen mal, die Brücke erneuert sich wieder. Nee, komm mal nicht raus. Doch, hier, seht ihr? Ah, doch. Man kann es runter machen. Wuhuhuhuhu. Man kann es natürlich auch wieder rauf machen. Oh, was war das? Oh, ich habe mich selbst getötet. Ups. Sorry. Ist doch gut gemacht. Wir kriegen den Schill echt nicht mehr, oder? So, das Thema Weg wäre geklärt. Oh, doch. Ich glaube, das Thema Weg wäre geklärt, eigentlich. Machen wir die Kugel aus. Was bringt das? Oh. Hä? Hier sind diejenigen übrigens bei uns. Ja, ja? Ja. Hast du nicht gesehen, dass das Skelette kommen? Nee, hau ich nicht auf sowas. Aber wir müssen, wir müssen da rüber. Ah, wenn ich mit dem Spiel völlig mitkomme. Ja, okay, okay. Alles klar. Oh nein. Ihr könnt ja hier hochhelfen mit dem Haken. Warte. Geht das? Ah, jetzt fall ich noch runter. Geht das Kettinene? Ah. Egal. Da hat so ein Bullenring. Warte, da hat er eine Bombe. Jawohl. Wollt ihr hoch? Ja, aber erstmal Kitty. Ja, aber Kitty, irgendwie müssen wir sie ja... Ich dachte, sie war wie oben. Kannst du? Guck mal, guck mal. Jetzt, nein. Geht das? Ich kann ihr leider nicht helfen mit dem Krokodil. Ich glaube, sie muss erst wieder ganz zurückgehen. Nee, geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Achso. Ah, okay. Warte nicht. Was ist das denn? Ah, geht das? Geht das nicht. Ah, doch. Nicht springen, einfach nur klettern. Ah, da ist ein Krokodil bei dir. Ja, wo ist denn? Jetzt, ich noch. Ich kann nicht, glaube ich, abschießen. Ja, ja. Oh, je, je, je. Das ist voll doof mit dem Seil, finde ich. Das ist so buggy. Da darfst du es nicht mehr, oder? Nee. Nee, nee. Okay. Haben wir alles hier holt. So. Ja, super. Weißt du, dafür haben wir die Fackel. Die habt nicht heulen, strahlen. Die ist auch echt cool, die Fackel. Da beneide ich auch. Ja, super. Damit könnt ihr Licht machen. Oh, was machen wir mit der Bombe? Ich leg dann gleich noch eine hin. Ja. Hä? Meinen hat so einen kleinen Radius, unglaublich. Oh, oh. Oh. Was? Okay, wir schreien, schreien. Wie war das mit Spaziergangen, Kroi? Nein, ich kann nicht schwimmen. Was denn, Kater? Das ist doch gar nicht. Okay, einmal habe ich ein paar ausgesperrt. Mh. Jetzt kommen da auch noch diese Stachelbelle. Irgendwie erinnern die mich an irgendwas zu essen, diese Stachelbeeren. Ja, so Stachelbeeren. Ja, ein bisschen. Maschinenpistolen. Babababam. Es ist denn nur dieser Kreis da, der da aufgibt, der Weiße. Hä? Ist das, wenn ihr eure Musette aktiviert oder was weiß ich jetzt? Wenn es, bei mir ist jetzt zum Beispiel Energieschuss. Oh. Oh ne. Äh, die Kamera, die Kamera, die Kamera, die Kamera. Mach mich kaputt. Okay, geht. Ah, Kitty, warte. Wurde hoch. Ah, shit. Sehr gut. Also das Spiel ohne Bugs und mit einer eigenen Kamera wäre das super super. Wäre das echt richtig gut. Wäre das echt richtig gut. Äh, okay. Bei mir geht's gerade total. Ja, bei mir geht's. Jetzt muss Jana rüber. Äh, ich muss mal eben da beenden. Also nicht beenden, beenden. Du musst nicht beenden, sondern beenden. Okay. Musst du da drüben? Sondern beenden. Äh, kann man denn hier jetzt irgendwo? Ne. Warte mal, kannst du mal... Ne. Wie geht denn das jetzt? Genau, kannst du mal Kitty anschießen, dann komme ich auf dem Seil rüber gelaufen. Ja, was bringt das? Weil wir kommen hier... Hier, ne, 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 ne. Warte mal, bleib mal stehen. Ne, Kitty, bleib mal stehen. Ich muss rüber, weil wir brauchen jetzt unsere Seile oder so. Ja. Ah, ja, ja, okay, okay. Toll. Hier mal hoch. Bla, bla. So, ich glaube, ich bin wieder da. Hallo, willkommen zurück, Kitty. Oder Kitty kannst du ja auch rüber... Ne, ne, Quatsch, warte, du musst stehen bleiben. Ich muss Kitty. Warte. So. Ey. Vorsicht. Ja, hier nochmal. Vorsicht. Äh, ich glaube, sie können wir hochziehen, kann das sein? Also ihr könnt sie hochziehen. Ja, wir müssen nur den Schalter drücken, dann geht hier alles auf wahrscheinlich. Ja, jetzt. Ja. So, ja. Fucker. Das ist so blöd mit dem Haken. Ja, man... Nicht springen, Kitty, nicht springen, sondern einfach nur laufen. Einfach laufen. Einfach laufen. Einfach gegen die Wand laufen. Gegen die Wand laufen. Ja, das ist so schlimm. Ah, okay. Keine Tür ist mir egal. Ja, weg, Fucker. Ja. So, jetzt könnt ihr rüber. Und da muss unten wieder einer mit dem Seil rüber. Und dann rüber laufen. Das ist so bescheuert. Ich warte einfach hier in dem Wasser und dann können sie mich hier hochziehen. Hm. Ja, weiß noch nicht. So, Kitting ist auch. Jetzt kannst du mal hochziehen. So, jetzt zieh ich Fucker hoch. Alles perfekt geplant. Genau so haben wir es. Boah, ich hab total die Frame-Einbrüche. Was ist denn da los? Es ist uns halt am Brauch aufzunehmen. Wir können zivile schicken. Okay, ja, gut, dann mach ich das. So. Dann bist du bei mir auch in der Luft gelaufen. Guck mal, jetzt kann Diana... Nee, nee, ich brauch nicht. Achso, okay. Da unten und dann kann Fucker rüber. Und kann den Hebel. Und dann geht hier wahrscheinlich alles auf. Über... äh, rüberschwimmen? Nee, nee. Ähm, also... Guck mal, da musst du ein bisschen weg da. Ja, nee, das ist Kitty. Ja, pass auf, ich zieh dich erst mal hoch, Kitty. Okay. Das mit dem Haken ist echt so doof. So. Ah. Ja. Okay, so. Und jetzt da hinten hin? Ja, geht doch. Die Versuchung war so groß, dass sich da eine Bombe hinlegt, dass sie beide runterfallen. Hä? Hör ich mir schon ab, Peter. Tja, und so Strafen fällst du runter. Ja, das ist die Strafe, Fucker. Ah, okay. Für deine bösen Absichten. So, komm her, Fucker. Nee, geh mal auf den Hebel. Auf den Schalter, Kitty. Jetzt geht alles auf, wahrscheinlich, ja. Okay. So, jetzt kann der Fucker auch durchschwimmen. Yay. Das war alles so geplant. Ich bin auch sicher da runtergesprungen. So, so. Jetzt, wenn die Kamera ist, hau... Ja, okay, danke, Kamera, Seth. Von dir. Komm, ist hier noch ein Kopf daneben? Nee. Sieht so aus, als würdest du noch weitergehen. Mir kommt es irgendwie so vor, als ob wir schon ewig keinen Kopf mehr eingesammelt haben. Ja. Wow. Oh. Geht's wieder ab? Fockadile. Ich glaube, ich nicht bewegen. Hä? Ach, du heiliger Willkommen. Jetzt müssen wir, müssen wir uns beeilen, kann das sein? Äh, das war dumm. Ah, nee, wir müssen uns gar nicht bewegen. Komm, spring. Geht das? Ja, spring. Äh, spring nicht. Ich kann nicht springen. Jetzt. Okay. Dann. Okay, egal. Ich komme schon dahin. Jetzt kannst du doch an mir, genau, an mir festhalten. Geh noch mal ein Stück weg. Weg, weg. Jetzt. Warte. Geht's jetzt? Nee, geh mal weiter weg. Spring mal. Geh noch mal weiter weg. Ich kann nicht springen, jetzt. Sehe ich so? Geht nicht. Ja, okay. Das ist so buggy hier. So, sorry. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich weiß nicht. Nee, nee, nee. Der lässt ab und so los mit dem blöden Haken. Ich weiß nicht. Da ist noch ein Schädel unten. Ja, ich seh's. Äh, da müssen wir wahrscheinlich wieder so ein Ding aktivieren. Oder jetzt springt er einfach da hoch. Ah, Kugel. Ich fall runter. Aber den Schädel haben wir. Nein. Für das Team haben wir uns gehofft. Ah, wir müssen zurück. Der Riefe. Ah, und hier war das Schaltegewinn. Ja. Oh, das sind wieder Kotelett. Ja, Fleischstückchen. Die, 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 die fetzen ja der Spickback. So. Oh, will hier jemand mal da draufstehen? Hier ist eine Kugel. Wo auch immer die A da hinten muss, die hin. Oh. Was? Was ist das? Oh, Leute, wenn das nicht so Puggy wäre, das ist voll spart. Die Kugel spinnt grad total bei mir. Puggy, wie kam jetzt aber um die Sperre da raus? So versteht das denn? Ah, die muss. Ach so. Muss man die da rüberschieben oder wie? Nee, da kommen wir. Ich denk mal, die Kugel muss doch hier hinten hin, oder? Da in die Mitte, oder? Warte mal, ich probier mal. Nee, nee, doch nicht. Kann man die mit... Moment, legst du mal hier drauf. Wenn ich die Sperre aktiviere, vielleicht fliegen sie da rüber. Ah, warte mal. Ich hab ne Idee. Seht ihr da drüben den Schalter? Vielleicht muss man die rübersprengen. Oder mit den Sperren. Warte mal, wir müssen das jetzt gut timen. Mach mal bitte, was ich sage gleich. Und zwar... Seht mal euren Stab, wenn ich jetzt sage. Drei, zwei, eins, jetzt. Okay, die rollt runter. Ich glaube, es muss nur mit den Sperren gehen. Nee, warte mal, warte mal. Wir brauchen zwei Bomben. Oh, der ist geplatzt. Warte mal. Kommt die Kugel jetzt auch nochmal wieder? Das wäre schön. Und sie hier wieder? Nee, leider nicht. Die schwimmt jetzt da unten. Ah, die schwimmt da unten. Ja, teure. Kann man die holen? Ja, nee. Also kann sie jetzt nicht packen. Das ist das Problem. Lass mal den Stab machen. Schnell. So. Und jetzt? Ja, sonst springen wir... Wir können ja theoretisch einfach so rüberspringen. So. Ja, okay, aber... Die anderen können ja nicht mit. Hä? Hä? Moment, Moment, nochmal. Dann gucken wir hier vielleicht. Komm mal jetzt zu mir, Foka. Nee, komm. Wir müssen da diese Plattform oben. Weißt du? Hä? Ihr müsst zu mir kommen. Und dann müssen wir schrittweise da oben weiter. Jetzt Kitty fehlt wieder. Können wir sie hochziehen? Moment. Moment, wenn du springst, ziehst du sie wieder rein. Spreng? Warte, warte. Okay, dann spawns bei uns. Also bei mir ist sie gesprungen. Okay, dann komme ich mal da rüber. Guck mal, du kannst ja daneben drauf, genau. Siehst du daneben die Plattform im Wasser? Die ist hoch genug, genau. Stimmt, okay. Wieso machen wir das denn so kompliziert? Ja. Wartet jetzt. Und was war jetzt mit der Kugel? Brauchen wir gar nicht, oder wie? Nö, die war wahrscheinlich nur für die eine Plattform, dass wir wieder zurück können. Um den Schädel noch zu holen oder so. Ich glaube, das müssen wir timen. Warte. Ich sag 3, 2, 1 und dann springen wir alle auf einmal auf die nächste Plattform. Okay? Okay. 3, 2, 1, go. Ah, er hat das Einzige mit gestoppt. Auch vom Timing her hat es geklappt. Das ist das. Ah! Hä, wie bist du jetzt gestorben? Ja, weil ich den Diamant da holen wollte. Achso. Ja, das kommt davon fort. Wie so gierig war er. Gierig, gierig, gierig. Ja. Oh, ja, jetzt kommt wieder ein Krokodil. Ich hab's nur gewusst. Surprise, surprise. Das hätte ich jetzt niemals erwartet, dass der Krokodil wiederkommt. Oh, ich völlig umkennt niemanden. Nehmeh. Achso. Well. Ich hab die Bomme gar nicht gesehen, die war eben weg bei mir. Kamera, Kamera, bitte. Jana, wo gehst du hin? Was, wo geh ich hin? Ich bin ja auch geordnet. Du bist aus dem Bild. Du bist bei mir ganz rechts aus dem Bild gedrängt gerade. Wir können nichts machen. Alter, wo bin ich jetzt? Achso. Das ist so blöd mit der Kamera. Das backt total. Du sah das gerade. Du bist bei mir aus dem Map geglitscht. Ja, bei mir auch. Das hat natürlich alles gewollt. Wir wollen natürlich ein bisschen die Spannung oben. Nein. Kamera, Kamera. Wer ist jetzt schon wieder? Bitte, Kamera. Bitte, bitte. Danke. Sehr nett. Oh Gott. Ja, komm jetzt mal hoch. Ich bin tot. Oh. Ich stirb nicht. Ach, was wäre das nur für ein schönes Spiel, ohne die Bugs. Das wäre echt gut. Ich muss da jemanden hoch holen, bevor ich hier tot bin. Ja, wir müssen gerade kämpfen gegen den Kordil. Ja, okay. Kannst du gehen. Nee, ich bin reingelaufen. Aber wir haben es. Warte jetzt so weit. Unter, Kropodit, wie geht es? Hol dir mal die Steine da unten. Ah, ich kann ja die Plattform hier hoch machen. Hätte ich auch mal merken sollen. Hol dir mal die Steine, genau. Ich werde mir da irgendwo noch ein Schädel versteckt. Irgendwo habe ich da noch ein Schädel. Oh nein, jetzt komme ich nicht hoch. Kannst du die Plätze runter machen? Ja. Da können wir doch hier, hier können wir doch weiterspringen, siehst du? Ja, wir sind weiter Plattformen. Moment, Liana, wir gehen auf die Platten drauf. Ach, guck mal, da oben sind auch noch welche, seht ihr? Da ist noch Munition. So, jetzt. Aber, nee, das ist Munitions-Upgrade. Ja, ich sag doch, Munition. Kommt da nicht rüber. Gut. Kann man da irgendwie rüberspringen? Machen wir mal den Stab, Kid. Ey, weg hier. Ich glaube, da kommen wir später nochmal dran, kann das sein? Was war das denn jetzt hier? Habt ihr das schon gemacht? Ja, da wollte ich ein bisschen. Da ist ein Schädel unten, ein bisschen Schädel. Seht ihr? Ja. Das drückt gar nichts, sonst kommt das Stachen hoch. Danke. Achso. Okay. Jetzt wollte ich gerade was drücken. Warte mal. Kann nur, er hätte waren doch gerade vor den Stachen oder nicht? Nee. Was passiert denn jetzt hier, wenn ich das rausziehe? Vielleicht kommen wir jetzt da an dieses... Genau, geh mal, geh mal da links. Kitty, bitte. Links, links, links. Vielleicht hab ich jetzt da was rausgezogen. Nee, ich seh nix. Oh, jetzt bin ich schon wieder runter. Oh, nee, du nicht. Nee. Das schaffst du auch nicht, da rüber zu springen. Ah, da oben ist was. Vielleicht, aber von hier oben, kommt man da nicht hoch? Wie meinst du? Jetzt sind wir die... Nee, nicht, nicht jetzt. Nee, ich muss hochkommen. Jetzt. Heilung. Jetzt kommen wir da ran, ja. Jetzt. Oh, wir machen uns die ganze Zeit den Kopf drum und dann... Oh, da ist doch zurück. Oh. Oh. Oh, ich seh nix. Ich kann die Anzeige mal weg. Ich seh nix, wo ich bin. Jetzt. Oh, das spielt so gut. Sind das Seerobben oder was? Ja. Alles Fokas. Oh, oh. Mach mal einen Vollstrahl dem Typen überhaupt schaden. Weiß ich nicht, opala. Sorry. So, ich geh mich nochmal rein. Kein Problem. Hab ich hier das Munitions-Aufbrit denn wenigstens bekommen? Ja, ja. Es lag, es lag. Es lag. Für was war jetzt dieser Hebel da gut, den ich rausgezogen hab? Ich hab keine Entschlung. Lagts bei auch nicht? Nö. Nee, bei mir grad nicht. Jetzt geht's wieder. Bei mir war grad die A-Show. Ich glaub, wir könnten eh mal Schluss machen. Ja, genau. Okay, in der Party ist voll. Okay, ähm, ja, bei mir ist wieder die A-Show. Und das warst du den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und schaut bei den anderen vorbei ohne die A-Show. Danke und tschüss. 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 Ich weiß, wie viel tilf ahle ist. Tschüss.